Im Römischen Reich wurden einige entscheidende Grundsteine der Rechtsprechung gelegt. Prozesse im alten Rom liefen ähnlich ab wie heute. Zunächst musste der Kläger seine Klage vorlegen, die im Beisein des Beklagten geprüft wurde. Für das Urteil entscheidend waren die Geschworenen. Sie hatten Stimmtäfelchen mit den Buchstaben A absolvo für Freispruch und C condemno für Verurteilung. Die Strafen reichten von einfachen Geldbußen über Verbannung bis hin zum Tod in der Arena. Bei Mehrheit von Stimmenthaltungen galt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten.